Ist der Hinzuverdienst neben der Rente wirklich steuerfrei? Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24d. Ich habe heute am 24. Juni 2024 eine Mail bekommen von einer Dame, die geschrieben hat, dass ich wohl gesagt hätte oder mitgeteilt hätte, dass der Hinzuverdienst neben der Rente steuerfrei sei. Sie wolle von mir wissen, ob das wirklich so ist, denn sie hat ihren Steuerberater gefragt und der hat gesagt, dass das wohl so nicht stimmen kann und dass der Hinzuverdienst, also Einkommen neben der Rente steuerpflichtig sei oder zumindest im Rahmen des Einkommenssteuerrechts steuerpflichtig ist. Meine Damen und Herren, ganz klar und ganz eindeutig, wir haben niemals gesagt oder ich zumindest habe niemals mitgeteilt, dass Hinzuverdienst neben der Rente steuerfrei ist, sondern das Einzige, was ich zu diesem Thema vielleicht recht missverständlicherweise gesagt habe, ist, dass Hinzuverdienst neben der Rente oder dass der Hinzuverdienst auf eine Altersrente seit dem 01.01.2021 nicht mehr angerechnet werden kann. Wenn man natürlich darunter versteht, dass das eventuell auch steuerfrei heißen könnte, dann liegt man tatsächlich nicht richtig. Grundsätzlich unterliegt sehr wohl Hinzuverdienst neben der Rente der Besteuerung, wenn bestimmte Grenzen im Einkommensteuerrecht, was das zu versteuernde Einkommen anbetrifft, überschritten sind. Diese Grenze kennen Sie, das ist der Grundfreibetrag, der im Jahr 2024 über 11.600 Euro netto bereinigtes Einkommen liegt. Meine Damen und Herren, selbstverständlich müssen Sie, wenn Sie eine geringfügige Beschäftigung haben und dieser Minijob hier pauschal durch den Arbeitgeber versteuert wird, müssen Sie auf diesen Minijob, wenn Sie daneben noch eine Rente beziehen, keine Steuern zahlen. Sie zeigen diesen Minijob gegebenenfalls vielleicht bei der Steuererklärung mit an, aber darauf müssen Sie keine Steuern zahlen. Aber wenn Sie eine ganz stinknormale Beschäftigung haben, über Geringfügigkeitsgrenze hinaus und Sie gehen noch arbeiten, also Sie gehen arbeiten und Sie haben einen Rentenbezug, dann kann es sehr wohl sein, dass Sie relativ schnell und zügig in der Besteuerung landen, meine Damen und Herren. Das ist das ganz große Problem, was wir aktuell in Deutschland haben. Und das ist auch eines der Gründe, warum viele Menschen, die gerne weiterarbeiten würden wollen, schlicht und ergreifend sagen, nö, ich habe da keinen Bock drauf, warum soll ich weiterarbeiten, ich muss jetzt hier Steuern zahlen, das sehe ich gar nicht ein, da muss ich ja sozusagen meine Rente über den Lohn mit versteuern, das will ich nicht, deswegen gehe ich nicht arbeiten. Also meine Damen und Herren, da brauchen wir dringend eine neue Rechtslage, dass wir hier eventuell einen Freibetrag einführen oder was auch immer. Aber letzten Endes kann ich nur noch mal wiederholen, der Verdienst neben der Rente ist grundsätzlich nicht steuerfrei, wenn Sie ganz normal weiterarbeiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.